In einem wilden Rückspiel gegen Atletico Madrid konnte Borussia Dortmund tatsächlich ins Halbfinale der Champions League einziehen und wie ihnen und Trainer Edin Terzic das gelungen ist, zeige ich euch in diesem Video. Wenn wir zunächst einmal die grundlegende Herangehensweise beider Mannschaften betrachten und das auch mit dem Hinspiel vergleichen, schaut auch gerne nochmal in meiner Analyse vom Hinspiel vorbei, falls ihr die noch nicht gesehen habt, dann fällt bei Atletico auf, dass man heute meistens fest in einem 5-3-2 verteidigt hat, nachdem es im Hinspiel ja meistens noch so ein Hybrid aus 4-4-2 und 5-3-2 war und im Rückspiel war man jetzt auch von Beginn an wesentlich tiefer mit defensiverem Personal, deswegen war es auch meistens fest ein 5-3-2, da auf der linken Seite Azzpili Greta für Lino gespielt hat. Azzpili Greta ja gelernter Verteidiger, Lino gelernter Offensivspieler, also das erklärt schon mal die defensivere Herangehensweise, die ja auch folgerichtig war, nachdem man das Hinspiel gewonnen hatte und mit einem Torvorsprung ins Rückspiel gegangen ist. Dortmund hat im Ballbesitz hingegen fest im 4-3-3 gespielt, wie auch in der guten Phase im Hinspiel, da hat man ja die Anfangsphase verpennt, hat dann so nach 30 Minuten fest auf das 4-3-3 umgestellt und das hat er dann deutlich besser auch schon im Hinspiel funktioniert und so hat man dann auch jetzt im Rückspiel den Ton angegeben, weil Atletico den Ball erstmal nicht wollte, die haben er aufs Kontern gesetzt und es wurde ja dann auch direkt schon mal gefährlich, erstmal auf Dortmunder Seite, da hatte Sabitzer hier die Riesenchance, nimmt ihn nicht direkt und nimmt ihn erst noch an, dadurch kommt dann Azzpili Greta und kann klären. Auf der anderen Seite war es ein langer Ball von Atletico, Schlotterbeck rückt auf Griezmann, Hummels war noch vorne mit dabei und Morata war dann frei durch, hatte ein 1 gegen 1, aber vergibt dann vor Kobel und das waren jeweils aus Umschaltsituationen resultierte Großchancen auf beiden Seiten und danach haben sich die Mannschaften aber erst einmal neutralisiert. Dennoch war klar zu erkennen, dass der BVB das Spiel machen musste und wollte, allein aufgrund des Spielstands und heute tatsächlich auch konnte und dazu kommen wir jetzt. Atletico hat den Dortmunder Viereraufbau mit den flachen Außenverteidigern im Mittelfeldpressing meist aktiv angelaufen, auch Mann gegen Mann, so sehen wir hier noch die Grundordnung von Atletico im 5-3-2, der Ball kommt dann zu Rierson, dem Rechtsverteidiger und der linke Achter von Atletico mit Depaul zieht raus und attackiert ihn. Der Ball wird dann von Dortmund verlagert auf Marzen, den Linksverteidiger und dann zieht eben der rechte Achter Jorente raus und macht Druck. Also man konnte Atletico schon gewissermaßen in Bewegung versetzen und sich so auch Räume kreieren, ist in dem Fall jetzt nicht geschehen, aber das ermöglichte dem BVB auch unter anderem, sobald man Atletico mal durch tieferen Ballbesitz etwas hinten rausgelockt hatte, zumindest deren ersten zwei Pressinglinien, dann durch gezielte lange Bälle in vielversprechende Umschaltsituationen zu kommen. Hier habe ich ein Beispiel, Schlotterbeck spielt lang auf Füllkrug, der den Ball weiterleitet auf Adeyemi, der leitet dann nochmal weiter raus auf Brand und am Ende hat man, wie man hier sieht, eine 5 gegen 4 Überzahl am Strafraum von Atletico, auch wenn man hier dann letztendlich zu keiner Chance kommt. Das gleiche Muster sehen wir hier aber nochmal, Riazon spielt in dem Fall lang auf Füllkrug, der leitet erneut gut weiter auf Brand und dann hat man eine 4 gegen 3 Situation, die man in dem Fall leider schlecht ausspielt. In dem Fall spielt Brand den Fehlpass, aber dennoch konnte man Atletico so einerseits mit Tempo gefährlich werden, über Umschaltsituationen nach langen Bällen, die Füllkrug meistens gut festmachen konnte, andererseits über gezieltes Attackieren des linken Halbraums. Dies hat man vor allem dann genutzt, wenn man ins letzte Drittel kam und Atletico in der 5-3-2 Ordnung relativ geordnet war, um dann statische Situationen spielerisch aufzulösen. Hier ist es Marzen, der auf Sabitzer spielt, der zurück zu Marzen, der dann auf Füllkrug und der wieder auf Sabitzer und schon hatte man einen Durchbruch im linken Halbraum, auch wenn hieraus nichts Gefährliches resultiert. Dennoch blieb man direkt nach der Aktion dran und Hummels findet dann mit einem starken Ball Julian Brandt, der das 1 zu 0 erzielt, indem er Witzel stehen lässt, der als rechter Halbverteidiger genau für diesen linken Halbraum zuständig war, das ganze Spiel aber auch in der Situation und halt einfach kein gelernter Verteidiger ist und da öfters mal seine Probleme hatte, wird im weiteren Verlauf noch des Öfteren klar werden. Schon zuvor hatte man bei der Sabitzer Großchance direkt zu Beginn und nach der Situation nach dem langen Ball gute Aktionen über diese Seite, also über halb links, doch gerade nach dem Seitentausch von Adeyemi und Sancho, also die haben die Flügel gewechselt, Adeyemi ging dann von links nach rechts und Sancho von rechts nach links und danach wurde man dort noch gefährlicher, weil halt vor allem viel spielstärker mit einem Jadon Sancho. Sehen wir auch in dem Fall, hier initiiert Sancho das 2 zu 0 mit dem Pass auf Sabitzer, der Witzel mit sich rauszieht und dadurch den Raum für Marzen öffnet, der nach Ablage Sabitzer das nächste Tor aus dem linken Halbraum erzielt. So viel zum Spiel im eigenen Ballbesitz, aber Dortmund hat es auch in der ersten Halbzeit weitestgehend gut gegen den Ball gemacht, meistens wie hier in einem 4-1-4-1 Mittelfeldpressing und die Räume dabei gut verdichtet, auch wenn man sagen muss, dass relativ wenig von Atletico kam in der ersten Halbzeit. So hat man insgesamt auch nur eine wirkliche Chance zugelassen mit dem 1 gegen 1 von Morata direkt zu Beginn des Spiels, weil man da einfach noch viel zu weit aufgerückt war. Man hat auch deshalb so wenig zugelassen, weil man tiefer in einer 5er-Kette verteidigt hat, um in der letzten Linie nicht in Unterzahl zu geraten. Da waren ja dann meistens 5 Atletico-Spieler in der letzten Linie und dazu ist dann der linke Flügel nach hinten gefallen in die Abwehrreihe mit Adeyemi bis Minute 25 und nach dem Flügelwechsel war es dann eben Jadon Sancho, Adeyemi auf der rechten Seite, das sehen wir ebenfalls hier. An der Stelle muss ich auch mal ein Lob an Schlotterbeck und Hummels aussprechen, die Grießmann ziemlich aus dem Spiel genommen haben. Ja, der hatte immer mal wieder Szenen, aber für einen der besten Spieler der Welt war wirklich wenig zu sehen von ihm und da wirklich mal ein Lob an Schlotterbeck und Hummels, die es auch ansonsten echt gut wegverteidigt haben. Nichtsdestotrotz ist es dann leider Hummels, der Atletico mit seinem Eigentor zurück ins Spiel holt, nachdem Simeone mit einem Dreifachwechsel zur Halbzeit den Druck erhöht hatte. Man hatte auf Seiten des BVB zwar weiterhin Aktionen nach vorne in der zweiten Halbzeit, die wie hier relativ vielversprechend waren, aber Atletico wurde nun halt selbst aktiver aufgrund des Spielstands und konnte vor allem im Zentrum immer wieder Räume nutzen, die Can als Sechser und der BVB aber auch als Ganzes nicht schließen konnten und dann kam eben auch der bittere Ausgleich, da ist man nicht wach genug beim Verteidigen und schon war Atletico wieder vorne, was den Gesamtspielstand angeht. Doch der BVB trotzte dem Rückschlag und besinnte sich darauf, was in der ersten Halbzeit schon gut funktioniert hatte, nämlich erneut mit einer Aktion über den linken Halbraum. In dem Fall lässt sich Brandt nach außen fallen, sein nomineller Gegenspieler war ja Witzel als halbrechter Verteidiger, der zieht deshalb, weil er sich verantwortlich für Brandt fühlt aus der Fünferkette heraus, aber ganz ehrlich, das ist komplett ohne Not, da ist De Paula neben dran und Witzel macht da einfach mehr Raum auf, als dass er Atletico irgendwie hilft und somit öffnet er halt den Raum für Sabitzer, der abermals einen guten Laufweg in diesem Bereich anbietet, der dann auch gefunden wird von Brandt und mit seiner Flanke Füllkrug findet, der den Kopfball dann perfekt ins Tor setzt. Und direkt nach diesem Treffer bleibt man aktiv und erzielt dann tatsächlich auch noch das 4 zu 2. Hier sehen wir die Entstehung, da kommt ein Chip von Emre Can, der über Brandt und den geblockten Schuss von Füllkrug bei Sabitzer landet, der macht es stark und am Ende fällt das Tor wieder vom linken Halbraum heraus, also Brandt ist da reingelaufen und letztendlich ist es wieder Sabitzer, der von dort das Tor erzielt. In dem Fall zwar etwas glücklicher, aber sinnbildlich für dieses Spiel. Einerseits wegen dem Bereich an sich, da alle Tore plus auch noch weitere Chancen über halb links entstanden sind. Andererseits wegen dem involvierten Personal, dass sowohl Brandt als auch Sabitzer als hohe Achter immer häufiger im Laufe des Spiels diese Seite überladen haben. Man hat also gezielt immer wieder über diese Seite attackiert, da spielerische Lösungen gefunden, immer wieder gute Muster drin gehabt, auch gute Abläufe, die sich wiederholt haben. Also das war schon wirklich gut anzuschauen und gut zu erkennen und neben Sabitzer und Brandt, die immer wieder gute Läufe auch ohne Ball gemacht haben, vor allem Sabitzer, hattest du dann auf der Seite ja auch noch einen Marzen und einen Sancho und warst dann einfach auf der Seite im Gegensatz zur rechten Seite maximal spielstark mit solchen Spielern. Wie auch schon im Hinspiel hatte Terzic dann nach dem Rückstand auf einen 4-4-2 gegen den Ball umgestellt, um halt einfach vorne mit zwei Anläufern mehr Zugriff auf den Dreieraufbau zu haben, wie nur mit einem alleinigen Anläufer, der Völkug ja zu Beginn des Spiels war. Allerdings hat man dies auch nach der erneuten Führung nach den zwei Toren fortgeführt und Atletico kam auch dadurch hinten raus dann zu keinen Chancen mehr. Dortmund hat es gut zugestellt, immer wieder aktiv angelaufen und so kamen dann keine Chancen mehr hinten raus. Atletico hat es nicht mehr geschafft zurückzukommen und so kann man abschließend sagen, dass der BVB gegen ein auswärtsschwaches Atletico ins Halbfinale eingezogen ist, da man taktisch, spielerisch und kämpferisch eins der besten Spiele unter Terzic machte und durch gezieltes Attackieren des linken Halbraums eine Schwachstelle von Simeones Mannschaft ausnutzte. Das soweit meine Taktikanalyse zum Spiel. Auf jeden Fall Respekt an Dortmund, richtig nice, dass sie es geschafft haben. Ich war vor allem von der ersten Halbzeit beeindruckt, aber umso mehr, dass man nach den Atletico-Treffern trotzdem nochmal zurückkam. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Spiel in die Kommentare, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls es euch gefallen hat und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.